Der Mensch ist schon ziemlich interessant. Und deswegen schauen wir uns heute 17 Fakten über den Menschen an. Fakt Nummer 1. Wenn du an deinen Nippeln schnippst, werden sie innerhalb von 7 Sekunden hart. Das will ich erstmal testen. Lass! Was? One hour later. Alter, Wahnsinn! Also da kann es ja nur krass weitergehen. Ich würde sagen, wir scrollen mal ein bisschen weiter runter. Dein Körper enthält genügend Chlor, um 5 Schwimmbecken zu desinfizieren. Boah, habt ihr den Furz gehört? Da bin ich menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Also der menschliche Körper enthält genügend Chlor, um 5 Schwimmbecken zu desinfizieren. Das ist natürlich nice. Also falls euer Poolroboter mal kaputt gehen sollte, nehmt einfach euch selbst. Äh, ja, weil auch jeder einen Poolroboter und vor allem auch einen Pool zu Hause hat, Luca. Du hast außerdem genug Kohlestoff in dir, um daraus 9000 Bleistifte herzustellen. Warum hab ich denn dann in meiner Schulzeit hunderte von Euros für Stifte ausgegeben? Ich hätte einfach mich selbst nehmen können. Dein Herzschlag passt sich dem Rhythmus der Musik an, die du hörst. Warte, dann mach ich erstmal mein Lieblingslied an. Loll! Ja! Es klappt, Bibi! In deinem Leben produzierst du so viel Speichel, dass du damit zwei Schwimmbecken füllen könntest. Das heißt, mit meinem Speichel könnte ich zwei Schwimmbecken füllen und mit meinem Körper könnte ich sie dann auch noch desinfizieren, Alter. Nice, der menschliche Körper ist einfach ein Schwimmbad. Nimmt man alle Haare zusammen, die auf einem durchschnittlichen Kopf wachsen, könnte man damit zwei Elefanten tragen, ohne dass die Haare dabei reisen. What the? Wie kommt man denn auf sowas? Deine Nieser sind so schnell wie ein Rennauto. Oh, ähm, sie schießen mit 160 kmh? What? Oh, hi, äh, ich wollte mal fragen, was für ein Auto du fährst. Also, ich fahre ein Auto, das 160 kmh schnell ist. Oh, welches denn? Nase. Ich klär mir die Mädels. Du hast viermal so viele Bakterien im Körper, wie es Menschen auf der Erde... Alter, dann habe ich ja locker zehn Bakterien in mir. Wir haben mehr als 30 Billionen Bakterien in unserem Körper. What, Alter, geh mal weg, Digger. Deine Zähne sind so stark wie die Zähne eines Haies. Der einzige Grund, warum wir Messer benutzen müssen und Haie nicht, ist die Form unserer Zähne, nicht ihre Haltbarkeit. Äh, ja, dass die Zähne genauso stark sind wie ein Hai ist doch klar. Nur der hat halt deutlich mehr und deutlich spitzere. Fettige Haare können die Luftqualität verbessern. Ähm, an der Stelle ein ganz, ganz fettes Shoutout und ein riesiges Dankeschön an Sandra dafür, dass du unseren Planeten rettest. Digger, Leute, ich habe seit vier Tagen meine Haare einfach nicht mehr gewaschen. What the fuck, Alter, die sind fettiger als jede Schwein, Mann. Da kann man auch echt mal klatschen, Digger. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Fakt über den menschlichen Körper. Und zwar, du hast weit mehr als fünf Sinne. Also, wir haben hier sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und das Gehirn. Und hier unten steht, du kannst sehen, riechen, rühren, fühlen, ja, das habe ich auch schon gerade gemerkt. Außerdem kannst du Körperbewegungen, Wärme, Schmerz und Zeit wahrnehmen und verfügst über einen Gleichgewichtssinn. Also, Zeit kann ich jetzt nicht so gut wahrnehmen, so unpünktlich, wie meine Videos immer sind. Aber gut, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Fakt. Und zwar, du produzierst mehr Ohrenschmalz, wenn du gestresst bist oder Angst hast. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Du kannst dich nicht selber kitzeln. Oh mein Gott. Manchmal gucke ich einfach in den Bildschirm von der Kamera und denke mir, Luca, was bist du für ein fetter Spass. In der Tat. Du hast mehr als die Hälfte deiner Gene mit Bananen gemein. Ähm. Also. Ich bin quasi halb Banane. In jeder Minute sterben 300 Millionen Zellen deines Körpers ab. Oh mein Gott. Wir machen allerdings direkt schnell weiter mit dem nächsten Fakt, bevor jetzt alle Zellen bei mir hier irgendwie verrecken. Ähm. Deine Haut regeneriert sich etwa einmal im Monat komplett. Äh. Das bedeutet, dass du täglich 30.000 bis 40.000 Hautzellen verlierst, als wenn die sich alle verpissen, Alter. Adrenalin kann dir Superkräfte verleihen. Denn mit ausreichender Menge könntest du zum Beispiel ein Auto anheben. Ich brauche dafür kein Adrenalin. Ich brauche dafür einfach das hier. Äh. Ja. Ich habe keine Muskeln. Kommen wir allerdings nur noch zum letzten Fakt über den menschlichen Körper, den wir uns heute in diesem Buzzfeed-Artikel hier anschauen werden. Und zwar. Du bist Biolumine... Genau. Du bist Biolumineszent. Das heißt, du strahlst buntes Licht ab. Äh. Also ich nicht. An der Stelle würde ich aus heutigen Videos sagen. Ich würde es auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch dieses Video hier mit den 17 Fakten über den menschlichen Körper gefallen hat, dann ist gerne einen Daumen hoch. Unter dem Video hier da abonniert mein Kanal, falls ihr noch kein Teil der Doofshree seid. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, welchen Fakt ihr noch nicht wusstet. Beziehungsweise, äh, was ihr... Äh, ich habe gerade so schnell geredet, Alter. Mir ist so schwindelig.